Na, da kann man ja nun nicht meckern hier. Nachdem der restliche Tag eigentlich ganz nett war, also überwiegend, wird ja jetzt zum Feierabend ein, also wirklich denkbar, da kann ich auch wie so viele Sachen, ich sehe täglich fast Sachen, die ich noch nie gesehen habe vorher. Ja, also dieser Sonnenschirm ist ja wirklich ganz fantastisch ausgeprägt. Das ist also, kann man schon ja nicht mehr toppen. Da ist irgendwo die Sonne. Tja, damit ist dann vorbei der schöne Tag. Wenn wir mal im Auge behalten, was als Sonnenuntergang davon übrig bleibt. Ich fahr dann gleich mal zur Beach. Tschö, tschö. Tschö, tschö.